Ich liebe Fox and Roll. Schön drauf gemacht. Roll damit klar. Da will ich rein. Gut. Wir sind wieder links. Wir müssen jetzt erstmal an dem gefährlichen Stachelgebiet vorbei. Schnell, schieß mich da rüber. Einen Hotdog sehe ich gleich hier zu Beginn. Aber ich weiß nicht, ob wir da wieder hochkommen. Ja, das wird hier ziemlich auf die Schräge gehen. Siehst du das? Wenn man zu früh kippt, dann rollt man zurück. Und wenn du zu spät kippst, dann fällst du da halt die Höhe runter. Jetzt haben wir es. Ich wollte es nur ein bisschen dramatischer machen. Jetzt habe ich das obere nicht. Dann muss ich wohl leider wieder nach oben. Oh, der Stachelboden. Ich habe gehofft, ich kann ihn vermeiden. Das war ein guter Wille, aber leider nichts dahinter. Jetzt habe ich ihn wieder nicht. Aber dieses Mal muss ich hier nicht unnötigerweise auf die Falle geraten. Es passiert mir jetzt ein bisschen zu häufig, dass ich hier an der falschen Stelle runterfalle. So, aber jetzt, jetzt habe ich es. Jetzt gehen wir wieder da hoch. Wir müssen jetzt nämlich ein bisschen am Dach entlang. Ich glaube, das hat sie umgebaut. Da kommen noch mal die Stacheln raus. Ich warte. Muss ich aber wohl gar nicht, weil... Jetzt kann ich auch so weitermachen. Damit es hier jetzt erstmal das Gitter offnet, können wir von hier aus da rein. Nicht runterfallen. In Diamanten hole ich und dann geht der Ausgang auf und dann komme ich hier raus. Dann haben wir das Häuschen hinter uns.